gut ja also willkommen bei einer neuen runde gta 5 einmal mit shadowrunner hallo mit fjalk und bacon lorange und natürlich dem knorker aber last but not least nach einer minimalen ladezeit also wir müssen das vorgeschlagen ja ein total ja weil steht oben wird empfohlen nehmen wir das auch tron bike an sich rechten aussehen dass auch war ohne rennenanzug heute meiner straßenkleidung ja straßenkleidung nehme ich auch von mir extra schick angezogen und haben wir die ganzen folgen nicht gesehen ist ja auch überhaupt nicht gefährlich einfach so im anzug auf so ein bike zu fahren kurz ärmliche jacke natürlich und mit bacon du hast ja hier nicht dress ja mal relevant hier was wenn der bände oder nee aber gutes grip hat die haben die teile ja das muss man sagen das war klar ich für taro ist auch glaube ich das einzige fahrzeug dass ich mal wirklich mir geleistet habe also auch im spiel ok ja hättest du die in echt hättest du aber ich auch sagen respekt vor allem wenn sie dann auch diese komische linie machen könnte bei der dann andere explodieren ja diese trennstreifen halt die auf der straße in reingebrannt wenn am bus vorbeigefahren ich bin ja vorbeigefangen du bist noch vor mir also was hast du geübt knäpplich okay das war nichts zu viel rum experimentiert übermütig geworden ja das sollte man nicht machen ich sehe jetzt irgendwie vor mir das motiviert mich auch verdammt ja dann bin ich jetzt mal abgestürzt was falsche richtung warum dann bist du wahrscheinlich am punkt vorbei zurück das ist übrigens diesmal kein punkt zu punkt sondern zwei Runden. Okay. Das heißt ich kann die gleichen Fehler doppelt machen. Oh, da muss man den Streifen nehmen. Boah, ist das ne F... Ach du meine Scheiße. Kachelstrecke wär diese echt gemein. Es sieht so ein bisschen da hinten aus, aber ich sag jetzt nicht wie das aussieht. Ihr seht das ja kurz vor Ende der ersten Runde. Ja, ich weiß aber was du meinst. Wie ein Schmetterling? Genau, wie ein Schmetterling. Genau. Genau daran haben wir gedacht. An nichts anderes. Alter. Ich hätte Marellen aufsetzen sollen. Ah, Helm wird überbewertet. Ja. Der Dunstkippe tut's. Wobei ich mich immer noch frage, wo du an einem Punkt vorbeifahren konntest. Ja, das war... Ich bin über die Schanzen gesprungen, statt zwischen den Schanzen durchzufahren. Ah, ich weiß wo du meinst. Da hab ich mir einen Rückweg gedacht und ich bin hinweg. Ja. Ja, ich weiß welche Stelle du meinst. Da komm ich jetzt hin. Hm. Das war knapp. Ach, ich bin an derselben Stelle wie vorhin bin ich runtergefallen. Okay. Das ist gut. Dann kann ich... Ist das alles so still konzentriert? Ja. Ja. Das tut mir auch leid, aber dieser Kurs der fordert einen doch ein bisschen. Weil manchmal ist es... Wo es auf der Straße klebt, aber... Ja, aber trotzdem... Ohne Schrämmchen, ohne Kratzer durch willst. Ja, mir geht's ja auch gar nicht um ohne Kratzer. Also das ist ja nicht mein Anspruch. Ich mein, jeder Kratzer heißt auch verlorene Zeit. Das meinte ich damit. Okay. Ja. Ja, aber Shadow hat ja gerade gesagt, dass er hinten schon wieder runtergefallen ist. Also weiß ich jetzt ja, dass ich... Ja. Ja, Fjalk, mach mal bitte einen Fehler. Mal sehen. Eigentlich müsste ich mit den Friedern durch sein. Ich hab die gleichen wie in der ersten Runde gemacht. Davon mal jetzt kommen keine mehr. Ööö, du hast ja auch wohlgegangen. Voll fies. Oh, da kommt der Schmetterling. Nein! Mein Kopf. Ach, jetzt weiß ich, was ihr mit dem Schmetterling meint. Okay, ja. Get it. Ja. Du hast ja ein unverdorbenes Gemüt. Jetzt bin ich hier runter. Scheiße. Das ist ein konzentriertes Gemüt und für solche Ablenkungen gerade nicht zugänglich. Mhm. Ja, Fjalk, wenn du jetzt nicht einen totalen Fehler machst, dann... Fjalk ist am Ziel. Ich hab einen Fehler gemacht. Achso. Ja, ich bin auch am Ziel. Das ist das erste Rennen, was ich aus dem beendet habe, glaube ich, ne? Hey, du hattest es vorhin schon mal. Da hast du auch gesagt. Ich hab ein Rennen beendet. Okay. Ja, stimmt. Ja, gut. Ich, ähm... Bin zwar mal hängen geblieben. Von daher... Hm. Erster, ja. Das erste Rennen, wo fjalk nicht erster geworden ist. Das stimmt jetzt aber auch. Ich bin gespannt, ob ich heute noch schaffe ein Rennen, Sven. Ich glaub's nicht wirklich, aber... Du hast vermutlich noch zwei Chancen. Vom nächsten Mal dann. Wenn's nicht erst wieder in dem Jahr ist. Buh. Der Anzugfahrer. Ja. Also fahr ich auch mal... Privat. Privat, ja. Außer, dass ich keinen Motorradführerschein hab, aber... Ja, auf dem Fahrrad. Das würde ich mich nicht trauen, Motorrad zu fahren. Auf dem Fahrrad mit einer gelben Warnweste dazu noch. Ja, natürlich. Die aber blinkt. Ja. Immer so... Arena Wars. Arena Wars. Mhm. Okay. Äh, wieso gibt's da ein Intro? Ich seh noch nix. Ja. Ja, ich seh jetzt auch das Intro. Hm. Interessant. Ja, und jetzt seh ich überhaupt auch mal den Knarker. Also... Wie du... Was steht denn da? Ein Team kommt mit Monster Trucks in die Arena, die Metall und Knochen gleichermaßen in den blutigen Stampfen, blutigen Bogen stampfen können. Die anderen kriegen Kleinwagen und Muntermacher. Und wenn einer von ihnen überlebt, dann gewinnen sie. Ja, das klingt doch gut. Jetzt siehst du ja nach Mad Max aus. Ja. So wie dir's sonst mit dem Panzer und den anderen Dingern. Ey, Fjallk! Stimmt, ja. Ah, ja, ja, genau. Oh, Knarker, wir sind an einem Team. Ja, mal was anderes. Neue Teams. Man glaubt's ja gar nicht. Na gut, das hat... Okay. Du bist hier der Bacon ist ohne mich nicht, deswegen gewinne ich ja trotzdem. Hm. Äh, ja. Ich konnte kein Fahrzeug auswählen, deswegen nehme ich einfach das. Das Quatsch. Aber du kannst lieber... Ich fahr aber auch mit dem Anzug. Uh! Ich bin Weltraumreisender. Greenjaw. Bin der Verfolger. Gut, also wir müssen die anderen töten. Was? Nein, wir... Wir... Was? Ne, also Bacon und... Äh, Knarker? Wir müssen... Ja. Jedoch und Fjallk plättern. Mhm. Schön, dass ihr überhaupt nicht weiß, wo ihr rauskommen werdet. Hm. Weiß gar nicht, wo ich bin. Weiß gar nicht, was ich machen soll. Hüppee. Ups. Äh. Och, sind die empfindlich, ey. Das ist jetzt sowieso Käfer, ey. Wenn die umfallen, dann... Wollen sie erst mal auf den Kopf hin und ändern... Oder hier ist jemand. Sie sind einfach vollgelegt. Ähm. Irgendwie... Und die töten? Rautsch. Ja. Okay, ich sehe den Schalck. Ah, ich sehe den Schalck. Ich sehe den Schalck. Oh. Ich sehe den Schalck. Nicht gegen die kleinen Runden besser fahren. Sie explodieren. Hä? Hä? Es ist so klein, hä? Ey, die... Ey, diese Monster Trucks fahren sich auch echt scheiße. Wenn sie richtig... Vor allem die sind so... Empfinde ich nur. Ja. Ja. Und allgemein so, die Steuerung von den Dingern ist einfach mega scheiße. Es hat... Irgendwas hat gemacht. Geschütztürme sind aktiv. Was? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Fahrrad runter um die Chance zu erhalten. Ne... Wo sind die Geschütztürme? Aha. Ah, hier. Der da? Okay. Oh, nicht verfügbar. Ach. Oh, das ist gemeint. Wir bekommen keinen Geschützturm. Okay, ich habe Schalck ausgelöscht. Also nicht in die Geschütztürme gehen, das bringt nichts, weil dann... Kann man sich nicht verwegen. Aber man fängt ein Power-Afford anstürt. Ich habe das Gefühl, von vorne könnt ihr mich nicht überfahren, weil ich da so eine Gabel habe. Ah, also von hinten oder von irgendwie anderen Seiten. Ich weiß es jetzt nicht schlau, darf ich euch so einen Tipp gebe? Aber gut. Wir sehen uns als erstmal Warmwerderunde. Wir haben noch 1 von 40, ungefähr die Hälfte der Zeit. Nein! Okay, ich habe jetzt auch eine Drohne, aber ich weiß nicht genau wie sie funktioniert. Ich dachte, du wärst tot gewesen. Ja, aber danach habe ich einen Power-Up bekommen und zwar eine Drohne hier und jetzt... Oh, ich bin tot. Aber ich kann wieder spawnen. Hä? Aber die Kleinen sind so schnell, wofür siehst sie sofort aus dem Gesicht fällt. Mist, da hat er schon noch nicht kommen sehen, glaube ich. Bremsen? Ja, ich glaube, ich kippe mich aber auch nicht mehr. Scheiß, weil mir auch wieder festgefahren habe. Ja, weil die... Oh, da hinten brauchst du dich etwas gefahren. Na, das war's. Hehehehe. Hehehehe. Ähm. Huh? Oh Mann, ey. Welken? Ja. Kriegst du den irgendwie? Ne, keine Chance. Da hätten wir uns irgendwie anders organisieren müssen, dass vielleicht einer ihm hinterherfährt und einer versucht, ihm andersrum den Weg abzuschneiden oder so, aber... Habt ihr gut gemacht. Ja. Äh, Fjaik? Ja. Wollte mal sagen, ähm, wenn wir einen sehen, du bist ja der Kreativer. Das heißt, ich werde ihm hinterherfahren und du wirst versuchen, ihm den Weg abzuschneiden. Hehehehe. Problem ist, die sind so schnell, die Kleinen. Ähm, ich meine, bis ich mich irgendwann umgedreht habe, sind die schon wieder auf der anderen Seite von der Arena. Und da kommst du echt, so schnell kommst du gar nicht hinterher. Du musst irgendwie vorausdenken, wo könnten die als nächstes hinfahren und dann schon mal dahin fahren, so ungefähr. Aber jetzt gebe ich Ihnen nicht noch mehr Tipps, weil, ähm... Jetzt zeigen wir denen erstmal, wie man soll. Das sind ja voll die Tipps. Ja, ich wollte gerade auch schon sagen, ja, ich hab das gerade so und so gemacht, wenn ich überlegt habe, ne, das sollte ich vielleicht nicht sagen. Hm. Hey, irgendwie, ja, wenn ich in einem Auto sitze und vor vorne so reingefilmt wird, sie sagt, als wenn mein Charakter nur 1,50 groß wäre. Kann gerade so über das Lenkrad gucken. Ach so, wir sehen deren Punkte gar nicht. Okay, gut, das wäre auch sonst so einfach. Okay, ich hab hier einen, der ist genau da. Ja, ich guck euch da mal ein bisschen zu, ihr macht das schon. Knarker, du machst das. Bist du echt sicher? Ja, das sieht total gut aus, was du da machst. Ja, so ein bisschen Turbin mäßig rückwärts fahren. Und das Gute ist, solange sie dich verfolgen, können sie mich nicht verfolgen. Wow. Ich weiß auch gar nicht, ob du auch wissen, wo ich bin. Ich meine theoretisch schon, weil... Ich weiß nicht, ob du das bist, aber einsehig. Ja. Ich weiß nicht, ob du den Regen von, äh, weiß nicht, von der, ähm... Ja, vorhin war bei mir nichts passiert. Flugzeug. Was? In der Mitte. Was? Nein. So soll es auch wieder runtergehen. Oh, da oben. Warte. Ich hab ein Zahn gesteuertes Auto bekommen. Was? Und jetzt? Oh, du hast ein Auto, ich hatte so eine doofe Drohne, die hat sich voll scheiße gesteuert. Okay, damit kann ich jetzt hier... Gut. Dann muss ich jetzt wohl mal ein bisschen anders. What? Schalte ich mal einen Pfannkuchen bestellen? Ah. Dreh am Rad. Oh. Ja. Sehr gut. Dachte ja nicht, dass ich... Dachte ja nicht, dass ich so schnell kaputt gehe. Also, äh, meine Folge, ich hab ja hier, glaube ich, Shadow-Pammer angeditscht. Yay. Das sieht total seriös aus. Ja. So sehen Siege aus. Schalalalala. Mhm. Ganz klar. Ja, aber dann sind wir auch schon am Ende der Episode. Genau. Und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.